Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nach meinem Video, in der Ruhe liegt der Erfolg, wurde ich oft gefragt, Thomas, wann kann man dich mal wieder tanzen sehen? Und bitte, hier könnt ihr es. Viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dieser Tanz wurde aufgeführt zu einem runden Geburtstag meiner Mutter. Ursprünglich entstand diese Choreografie für die Jugendkunstschule Arthus Rostock im Rahmen eines großen Tanzprogramm eines großen Tanzprojektes. Später dann wurde diese Choreografie übernommen von der professionellen Ballettgruppe Showballett Berlin, in der ich auch, in der ich auch selber tanze. Tänzerisch unterstützt wurde ich dabei von meinen lieben Kollegen Britta und Flora, die wie ich auch ehemalige Ballettsolisten des Friedrichstadtpalastes Berlins sind. Also, hat es euch gefallen, dann hat es euch gefallen, dann liked doch dieses Video, leitet es weiter und abonniert am besten meinen Kanal. Vielen Dank. Vielen Dank, auf Wiedersehen und bis bald. Tschüss, euer Thomas. Tschüss. Tschüss. Tschüss.